Guten Tag, mein Name ist Barbara Strobl und ich bin Gründungsmitglied bei Crowdwater. In diesem Video werden wir zwei wichtige Fragen besprechen. Wie gut können Wasserstandsklassen abgeschätzt werden und wie kann man solche Schätzungen verbessern? Um die erste Frage zu beantworten, haben wir Leute nach ihren Schätzungen an zehn unterschiedlichen Standorten in der Schweiz befragt. Wir waren sowohl bei großen als auch bei kleinen Flüssen. Die Leute mussten sowohl den Abfluss als auch den Wasserstand abschätzen. Für den Abfluss mussten sie die Breite, mittlere Tiefe und Fließgeschwindigkeit abschätzen. Für den Wasserstand haben sie den momentanen Wasserstand mit einer virtuellen Messlatte, die auf einem Foto platziert war, verglichen. Hier sehen wir mehrere Beispiele von den virtuellen Messlatten, die wir bei der Umfrage verwendet haben. In dieser Grafik sehen wir die Ergebnisse von der Umfrage. Auf der linken Seite haben wir die Abflussschätzungen und auf der rechten die Wasserstandsschätzungen. Der Wasserstand wurde in den Abfluss umgerechnet, damit man die beiden Schätzungen besser vergleichen kann. Auf der y-Achse sehen wir die relative Schätzung. Diese ist normalisiert, damit man die großen und die kleinen Flüsse miteinander vergleichen kann. Man bemerke, dass die y-Achse eine logarithmische Skala hat. Die rote Linie zeigt den richtigen Wert an. In der Mitte der Boxplots sehen wir zwei schwarze Linien. Das sind die Mediane. Der Median der Wasserstandsschätzungen ist näher zum richtigen Wert. Die Spannbreite der Abflussschätzungen war deutlich größer. Das bedeutet, dass der Abfluss stärker über- bzw. unterschätzt wurde. Dagegen war die Spannbreite der Wasserstandsschätzungen kleiner. Die Schätzfehler waren also geringer. In dieser Grafik sehen wir die Schätzfehler in Wasserstandsklassen. 0 bedeutet, dass die richtige Klasse ausgewählt wurde. 1 bedeutet eine Überschätzung von einer Klasse und minus 1 eine Unterschätzung von einer Klasse. Die virtuelle Messlatte war für alle Teilnehmenden neu und dafür sind die Ergebnisse sehr gut geworden. Knapp unter 50% aller Teilnehmenden haben die richtige Wasserstandsklasse ausgewählt und nur etwa 13% haben einen Fehler von mehr als einer Klasse gemacht. Nun kommen wir zur zweiten Frage. Wie gut können solche Schätzungen verbessert werden? Dafür haben wir das Crowdwater-Spiel entwickelt, das Sie ja bereits im Kurs kennengelernt haben. Im Crowdwater-Spiel bewerten Citizen Scientists den Wasserstand mit Hilfe von den hochgeladenen Fotos. Jedes Foto wird von vielen Citizen Scientists bewertet und der Mittelwert aus allen Stimmen gilt dann als der richtige Wert. Schätzfehler einzelner Citizen Scientists gleichen sich so aus. Somit helfen die Citizen Scientists im Crowdwater-Projekt nicht nur bei der Datensammlung durch die App, sondern auch bei der Datenqualitätskontrolle durch das Crowdwater-Spiel. In dieser Grafik sehen wir die Ergebnisse vom Crowdwater-Spiel. Auf der x-Achse haben wir die Beobachtungen, die mehr als 15 Stimmen im Crowdwater-Spiel gesammelt haben. Auf der y-Achse sehen wir die Wasserstandsklassen, die man im Spiel auswählen kann. Die Beobachtungen sind nach den Durchschnittswerten der Spielbewertungen sortiert. Diese erkennt man an den roten Dreiecken. Im Gegensatz dazu haben wir die orangenen Sterne, die den Originalwert aus der App zeigen. Die blauen Schattierungen zeigen, wie einig sich die Citizen Scientists waren. Ein dunkles Blau bedeutet, dass die meisten Leute die gleiche Klasse ausgewählt haben und eine hellere Schattierung zeigt, dass unterschiedliche Klassen ausgewählt wurden. Wir sehen nun in der Grafik, dass meistens der Spielwert und der Originalwert aus der App in die gleiche Klasse fallen. Jedoch in ca. 30% aller Fälle fallen diese in unterschiedliche Klassen. Wir vom Crowdwater-Team haben diese 30% noch einmal extra kontrolliert und selber alle Bilder bewertet, um den richtigen Referenzwert zu ermitteln. Es hat sich herausgestellt, dass in ca. 3 Viertel aller Fälle das Crowdwater-Spiel eine bessere Schätzung abgegeben hat als die App. In ca. 9% aller Fälle war die Crowdwater-App besser als das Crowdwater-Spiel. In 8% aller Fälle war der richtige Wert zwischen dem Crowdwater-Spiel und der Crowdwater-App. In den restlichen 9% aller Fälle war es nicht möglich, den Wasserstand mit Hilfe von den Fotos zu erkennen, z.B. weil das Foto zu dunkel oder die Messlatte nicht richtig gesetzt wurde. In solchen Fällen sollen die Citizen-Scientists die Meldefunktion im Spiel verwenden. Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass neue Citizen-Scientists mit Hilfe vom Crowdwater-Spiel trainiert werden können. Im Spiel sieht man unterschiedliche Flussfotos mit unterschiedlich platzierten Messlatten. Dies führt dazu, dass man die Messlatte später selber besser platzieren kann. Darum empfehlen wir, jedem neuen Citizen-Scientist das Spiel zu spielen, bevor man mit der App loslegt. Wir haben gelernt, wie gut Wasserstandsklassen geschätzt werden können und wie man diese Schätzungen weiterhin verbessern kann. Nun stellt sich die Frage, sind diese Daten gut genug für die weitere Verwendung in der Hydrologie? Diese Frage wird euch Simon im nächsten Video beantworten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017